Ja, hier auf dem Petersberg bei Bonn war die hundertste Umweltministerkonferenz. Hundertmal haben die 16 Umweltminister der Länder mit dem Bundesumweltminister oder der Umweltministerin getagt in den letzten Jahrzehnten. Wir hatten als Special Guests Professor Klaus Töpfer, langjähriger Bundesumweltminister, und Bärbel Höhn, NRW-Umweltministerin, für viele Jahre, die nochmal die historische Perspektive aufgemacht haben, was sich verändert hat, welche Erfolge erzielt worden sind. Aber wir haben natürlich auch ein umfangreiches Konferenzprogramm hier diskutiert. Ich will nur zwei Schwerpunktthemen herausgreifen. Einmal den Klimaschutz, wo wir der Bundesregierung auch mitgegeben haben. Es darf keine Aufweichung der Sektorziele geben. Alle Sektoren müssen ihren Beitrag leisten, insbesondere der Verkehrssektor. Und die zweite große Botschaft ist, dass wir bei der Biodiversitätskrise, beim Artensterben vorankommen müssen. Da hat die Bundesregierung eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Das haben wir hier im Detail diskutiert. Ich hoffe, dass es richtige Fortschritte beim Artenschutze in den nächsten Jahren geben wird.